Hallöcher Leute und da bin ich wieder euer Korni von Panikou Zertorio mit einer neuen Aufnahme von Grinder wir sind im Team MAMPF Kann man uns dann hören? Ne Das kann man nicht hören Man könnte Scheiße machen Grinder auf Inder Die haben uns alle gemütet? Ja ich habe uns alle gemütet Ja genau deswegen hörst du mich alle Wir wurden gesabbt Wurden gesabbt Korni 1 auf den Kopf Gesabbt Hier Korni 2 Ich habe mir mal überlegt ich mache eine Aufnahme Auf Grinder mit Inder Auf Grinder mit Inder Wann der ist schön nennt sie So wo fliegen wir denn mal hin? Achso ich bin der Truppführer Ey warte mal auf mich Ey warte 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 Ha 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 Ey der Heisenberg ist ein Oh Heisenberg Oh fack mein Heisenberg 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 Ich kenne die Korni Was hat er? Heisenberg Wir können ja mal zu Skarret Meser Sky Skarret 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 Korni is incoming Oh Heisenberg Wir können ja mal reparieren in der Luft Ja genau Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Sooo Ah ne das kriegen wir jetzt nicht Nein das kriegen wir jetzt nicht Wird mal stehen Wird mal stehen Wird mal stehen genau Ja If that is the case please jump out Moment ich sag wenn ihr könnt Ja einer reicht oder? Ja Nach unten nach unten Moment ich bist höher Mach's Bescheid Versuch's mal einer Ok Ah-ah-ah-ah! Okay warte Wir müssen doch auf der falschen Seite Na und? Ja doch Korniard hat's geschafft Da war Remig! Dann wieder in die Galaxie! Dann wieder in die Galaxie! Geh in die Galaxie! Geh in die Galaxie! Geh in die Galaxie! Geh in die Galaxie raus! Dankeschön! Wir könnten uns direkt wieder gespawren! Seid ihr alle unten von mir, oder? Der RANDOM! Der RANDOM! Der RANDOM! Oh! 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 Was war das denn grad? Ich bin voll abgeschürzt! Oh man, Danny! Was war das denn? Ich fahr hier runter! Ich fahr hier runter! Ich hab grad meinen River voll ins Nirgendwo geflogen! Meine Galaxie bremst irgendwie nicht! Ey, die soll nicht bremsen! Gas geben! Gas Gas Gas! Ja gut, dann geh sofort bei mir rein! Weil da steht auch welche auf dem Boden! Wollt ihr nicht rein? Das ist zum Beispiel der Heisenberg! Der RANDOM! Der weiß nicht was was tun soll! Korni 9 ist zum Trupp beigetreten! Dank mal dem! Ach nee, der ist ja gern im Trupp! Ich hätte mir gesagt, der ist dann... Oh feindliche Libby! Die hol ich mir! Daran gibts voll rein! Noch ne Libby! Zwei Libbys! Jo! Gib die Neue! Ich kann aber keine treffen! Voll draufrotzen! One River! Alter! Oh, die haben ja ganz schön viele Burstermacks! Ich geh nur an! Ich hoffe, man versteht mich noch im Let's Play! Oh, ich lebe noch! So! Ja, irgendwie hat da jetzt immer spontan alles auf uns geschossen, was da anwesen war! Bisschen hier, die haben Korni gelesen! Korni, hör auf dich! Korni Gott! Neuer Plan? Geil, wir greifen doch Dinger! Scheiß drauf! Angreifen! Haut um die Scheiße! Neuer Plan, wir nehmen jetzt mal ne Galaxien! Auuu! Wadunut! Waa? Boah, ein geiler gelber Tarn hier! Ne gel, und dann noch Lumi-Faser! Das sieht richtig Porno aus! Ja, alter! Gelbe Lumi-Faser! Geht voll ab! Bei NC sieht das sowieso geil aus! Oh, Mann, ey! Die halten uns ja dafür bescheuert! Was haben wir gemacht? Gib dir in der NC's den Halt, die haben vor so uns hier rauswerfen! Gib dir keinen Halt, das wäre, ey! Alter, wir wären hier ganz groß! Wir haben zu viel Niveau dafür! Wir haben es schon nach einem Tag geschafft, dass jeder NC anfängt, Medics zu schreien, wenn er stirbt! Ja! Wir haben im Trend gesetzt, neuerdings, wenn der irgendwo mal im Beilab ist, es ist ja so ein... Big Medics! Wir haben NewMeter eingeführt! NewMeter ist... Ich glaube, die großen Chefs von den NC hassen uns dafür! Wir sind die großen Chefs, also bitte! Das der Rathams, das die Rathams anfangen ist, das schreie! Manic! Alter, Corny ist der Boss, und davon gibt's von uns ein paar, ne? Wir sind ja einfach Boss-Klar! Wir sind einfach der Boss-Klar! Alter, Level 1 war uns schreit! Wir sind die NC-Bosse! Außen steht ein Zandra, und da kommt ein Lightning hoch! Hallo, Corny! Ich bin der... Hallo, Corny! Ich schulde dir das! Genau! Bei welchem Corny bist du? Was ich würd sagen, wir bleiben einfach... Wir sagen einfach nur die Zahlen, oder? Also, ich darf mich vorstellen, ich bin die 1! Kann man mich mal aufheben? 13! Hallo, 1! Hi! Achso, es ist ja auch noch ein Panzer! Da ist ein Lightning, so ein Wiper-Lightling, wer müsste eigentlich... Hallo! Ich bin Corny6, und ich bin... Ich bin Corny6, und ich bin... Ich bin ein Entfehler! Ich hab's nicht zugegeben! Willkommen in der Selbsthilfe-Gruppe für Entfehler! Oh, 1-2-3 ist jetzt da! Ja! Der 1-2-3 ist da! Gibt leider keinen zu viel, sonst würd ich mal zu viel da runterschmeißen! Hey, er passt voll! Ein 2-3-4! Stell dir mal vor, wir kriegen wirklich 48 Corny's zusammen! Und es treten auf einmal 48 Corny's da hoch! Vielleicht gibt's ja bei der NC ein paar mehr Leute! Vielleicht gibt's ja bei der NC mehr Leute als bei TR! Ne, ich müsste alle Corny falschen! Das ist ja alles klar! Oh Gott! Sanra! Sanra! Sanra incoming! Hallo, 8! Ich heil dich ein bisschen! Bei der 2 ist ein Sanra! Nein! Was blöd das denn Sanra ist, weil ich würd eigentlich gern ein paar Infanteristen killen! Ich bin tot! Ich möchte den Kill! Medic! Ey, wen! Oder wer auch immer ist! Hallo, Guys! Voll geil, die reden gerade auch alle in den Teams kriegen! Und sagt dann, ey Corny hat mich getötet! Hä? Dich auch? Ja? Oh, er macht alle Multi-Kills! Medic! 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 Bin aufm Weg! Und Ammo! Und Medic! Und Ammo! Conny braucht Medic! Warte! Conny kommt! Conny braucht Medic! Conny kommt! Conny braucht Medic! Wir bräuchten vielleicht nur ein oder zwei Vengar zu! Ein paar OP-Vengars hier! Oh, Scheiße! Ich brauche immer noch Ammo! Ja, Pussy-Shield! Rette dich! Ah, Kack! Wir brauchen Steve! Wo ist die Raven? Wo ist Steve? Genau, wo ist Steve! Wir brauchen Steve! Wir brauchen Steve! Steve sitzt in seinem Vengar! Wir brauchen den Vengar! Wir brauchen den Vengar! Wir brauchen den Vengar! Sie müssen den Vengar! Wir brauchen den Vengar! Augusto ist hier! Augusto! 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 Aber du wirst keine Incorni, oder? Nein, Augusto! Ja, Augusto ist feern! Ja, Augusto ist feern! Schweinerei! Boah! Barschen! Barsch! Der brennt schon! Der brennt schon! Der brennt schon! Der brennt! Wann brennt der nicht? Wir brennt der nicht! Das ist das neue gtffeature! Der brennt schon! Das kannst du schon als Tato nehmen! Der brennt schon! Der brennt der gtf! Das ist nur bei gtf! Geil! Wer gibt es bei gtf? Der brennt auf einmal! Einfach so! Einfach so! Warum? Weil gtf drauf steht! Ah man! Wir pushen vorbord! Dann pushen wir backward! Ich komm mit der gtf! Ich nehm mal jetzt ne Max! Bitches! Aber bitte ne Underpowerte! Oh ne! Entschuldigung! Geht ja gar nicht! Geht leider! Ich hab mal eine Falke drauf! Dann zieh ich mir jetzt ne Lightning! Ne! Ich zieh mir auch ne Hundert! Auf die Sörer hätte ich ne Doppelte! Reda! Ne! Hab ich schon! Geht um ne Doppelfalke! Wir mischen uns aber ganz schön auf hier! Sind die auch TR? Die sind ja voll überpowert hier! Echt ey! Gesundheit! Ist doch klar dass die uns aufmischen! Die sind voll TR ey! Die sind voll OP! Da kann unser Vanguard nichts dagegen machen! Boah steht da ein Skyguard! Ich glaub wir wechseln gleich mal in Position zur Viola! Alter ich hab ja jetzt nur zu einem Ende des Dings gezogen! Ey! Ich hab jetzt auch ne Vanguard! Alter ich ist mit dem Bolzengewehr! Ja hab ich grad die ganze Zeit Feuer! Vengard tut schuld! Oh Gott! Ich hab keinen Superfair! Boah sieht der Vanguard geil aus! Meiner sieht grad aus wie ein richtiger Ponsai mit dem Panikutan! Wie ein richtiger Polopanzer! Wie wärs wenn wir mal im Biolab kämpfen? Wir haben uns jetzt Panzer und Max-Units gezogen! Wir werden keiner ins Biolab geholfen! Was habt ihr Max-Einheiten gezogen? Wer hat das befohlen? Wer hat das befohlen? War ich ein Engineer? Nö! Boah ist ja langsam! Jaaa das ist wohl warm! Auf mich zu schießen! Ich will die ganze Zeit auf dem Spiel kick! Well! Oh da kommt ne 2er Galaxy! Ich weiß schon was ich meine! Ich weiß schon was ich meine! Du weißt schon dass ich die spiele! Rapp Schlampe! Rett mich! Ach du meinst den Inji-Corni! Da gibt's ja so wenige! Wir haben so wenige Inji-Cornis! Wir haben so wenige Inji-Cornis! Ich glaub, wir kommen auf dem PC! Ich werd die ganze Zeit auf dem Spiel geworfen und öffnet sich immer kurz so ein kleines MS-DOS-Fenster! Da ist aber nix drin! Dann schießt er sich wieder! Dann kann ich hier aufgehen! Na put put! Ich bin tot! Ey dieser f*** gelbe! Ey dieser p*** gelbe Vanker hat mich geschossen! Fünfmal! Das ist f*** gelb! Urin-Gelb! Ich hasse den Vanguard jetzt! Ich überfahre jetzt Coni 6! Aaaaah! Aus Versehen! Aus Versehen! Ich überfahre jetzt Coni 6! Aus Versehen! Ich hab mich gesehen! So! For fuck's sake! What the fuck's sake! Save my life bitches! Hallo? Hier bei Max hat keine Punkte! Ich bin noch ne OP im Max-Einheit! Mhm! Wie jetzt sterben geht's! Ey! Nicht sterben! Kämpfen! Aaaaah! Einige Ingenieur! Zeit vor der Schrimm! Unterwegs! Ich bin im Visier! Uh! Alter! Fühlt sich jetzt cool nur weil du im Visier bist wieder aus! Schau dir Coni an! Oh! Der pisst gerne weg! Oh Gott! Oh! Ich seh gar nicht wo ich schieße! Oh Leute! Oh Leute! Ich verziehe mich mal Richtung Alatom! Hier ist mir zu! Ah! Unsinnig! Noch lebt mein Wenger! Boah! Ich lebe auch noch! Wo ist der Leitling hinter mir? Fritz die Leitling! Das machen wir denn jetzt? Ey die Tote! Die können doch vergehen! Zum äh! Kann doch nichts vornehmen! Scheiße! Violin! Alter Coni! Du kommst nicht vorwärts! Du hast mich angefahren! Du bist ausgestiegen! Einfach so! Ja ich muss hier mal reparieren! Ja ich hab mich auch noch reparieren! Du hast mich überfahren! Ich hab dich nur angefahren! Ich dachte ich hab Cheesy überfahren! Nein! Du hast mich überfahren! Stimmt ja! Solltest du mich schon überfahren? Die Jungen! Ach die haben doch einen Fogel hier! Da ist Libby! Libby hier war ich! Oh! 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 Der Prowler ist ja mal voll überpowert! Ja! Der war nur Rang 9! Ich hab mich nicht kaputt gekriegt! Okay! Okay! Sie kommt zu euch! Alle Typen! Arrat mich doch! Ich kann ja gar nicht sporen! Bitsch! Oh! 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 Ich komm mal nicht meinst du denn? Original Kornchen! Ich bin hier! Ja wo denn? Hey hier! Ja und da! Aber wo? Im Rang in Vengard! Im Rang in Vengard! Ach du fährst dann mit Vengard zum Vyole! So! Über Snack Revine! Jo! Ich versuch mal drüber entsetzen! Ich bin nicht raten! Ich fliege an! Breed the Rock! Doe ein... Ich bin nicht raten! Ich bin nicht raten!